Hey, ich bin Miley aus Venedig. Bevor du meine Geschichte anhörst, klicke bitte auf Gefällt mir und abonniere sie. Seit ich geboren wurde, waren meine Eltern mit ihrer eigenen Welt beschäftigt und manchmal vergaßen sie sogar meine Existenz. Als ich drei Jahre alt war, machten sich meine Eltern bereit, zu ihrem Jahrestag essen zu gehen, aber nur wenige Minuten später gingen sie zur Tür hinaus und ließen mich zu Hause zurück, ganz allein. Ich rannte zum Fenster und begann laut zu schreien und dann kamen sie zurückgerannt. Oh Gott, was machst du denn noch hier? Wegen dir kommen wir zu spät. Aber du hast mich vergessen, Mami. Komm schon, keine Zeit zu reden. Beeilung. So etwas passierte ständig. Einmal, als ich in der vierten Klasse war, habe ich sie zu meiner Jahresfeier eingeladen. Ich spielte die Rolle einer Prinzessin und freute mich riesig, dass Mama und Papa mich sehen würden. Aber wie immer sind sie nicht aufgetaucht. Oh, ich war so sauer. Die anderen Kinder haben mit ihren Familien Fotos gemacht, während ich ganz allein dastand. Und dann bin ich ausgerastet. Ich beschloss, alleine nach Hause zu gehen. Als ich an einem Sandwichstand vorbeikam, sah ich ein Mädchen, das etwas jünger war als ich, das versuchte, ein Sandwich zu stehlen. Hey, nein, das kannst du nicht machen. Dinge stehlen ist schlecht. Aber, aber ich bin sehr hungrig. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich sah Tränen in ihren Augen. Und sie sah aus, als ob sie eine schwere Zeit durchmachte. Also budde ich ihr an, für beide unsere Sandwiches zu bezahlen. Ihr Name war Lucy. Und als ich sie nach ihrer Familie fragte, erzählte sie mir was sehr Schockierendes. Ich habe keine Familie. Ich habe in einem Waisenhaus gelebt, aber die Betreuerin war so böse. Sie ließ uns viel arbeiten und gab uns nicht einmal was zu essen. Also bin ich weggelaufen. Es brach mir das Herz, sie so traurig zu sehen. Und ich bat sie, mit mir mitzukommen. Ich habe Eltern. Ähm, nicht die besten. Aber ich kann dir wenigstens ein Zuhause versprechen. Außerdem wollte ich schon immer eine Schwester haben. Plötzlich leuchteten ihre Augen auf und sie umarmte mich. Als wir zu Hause ankamen, bat ich Mama und Papa, Lucy zu adoptieren. Aber sie lehnten direkt ab. Aber Mama, ich möchte wirklich eine Schwester haben. Ihr habt doch kaum Zeit für mich. Also... Du hast einen Dieb von der Straße aufgelesen? Das gibt's doch nicht. Sie brachten Lucy zurück ins Waisenhaus und ich weinte mir die Seele aus dem Leib. Ich aß und schlief nicht mehr, sondern ich rannte jeden Tag zum Waisenhaus und wartete draußen auf Lucy. Als meine Eltern mich so sahen, gaben sie schließlich nach und stimmten zu, Lucy offiziell zu adoptieren. Und ich war überglücklich. Im Handumdrehen waren wir wie echte Schwestern. Bald darauf wurde Lucy zusammen mit mir eingeschult. Und obwohl sie nervös war, versprach ich ihr, immer für sie da zu sein. Aber in diesem Moment, als wir die Schule betraten, fielen wir Diana in die Augen, dem fiesesten Mädchen der Schule. Hey, Miley, ist das deine neue Adoptivschwester? Ach, von welcher Müllhalde hast du die geholt? Sie stinkt wie der Hintern des Stinktiers. Halt die Klappe, Diana, oder ich trete dir in den Hintern. Oh, hör auf, Miley, und schick sie zurück. Ich glaube nicht, dass Waisenkinder wie sie zu uns reichen Leuten gehören. Meine Mutter hat mir gesagt, dass sie der Abschaum der Gesellschaft sind. Das war's. Ich stieß sie weg. Aber als ich mich zu Lucy umdrehte, war sie schon weg. Als ich später nach Hause kam, umarmte ich sie. Es ist egal, was andere sagen, okay? Du bist meine Schwester und ich werde dich immer lieben. Danach holte ich eine Kette aus meiner Tasche und legte sie ihr um den Hals. Was ist das? Mach es auf. Oh mein Gott, es sind unsere Bilder. Du bist die beste, Miley. Ich liebe dich. Und ich liebte sie auch wirklich. Die Tage vergingen und ich war immer da, um auf Lucy aufzupassen. Solange ich in der Nähe war, wollte niemand mit ihr spielen. Dann, eines Tages in der achten Klasse, machten wir gerade einen Mathe-Test, als ich plötzlich aufblickte und sah, wie Lucy Diana durch das Fenster ein paar Blätter übergab. Was zum Teufel war da los? Ich wollte nicht, dass sie von der Lehrerin erwischt wird, also schwieg ich. Aber als ich später in die Cafeteria ging, sah ich Lucy an einem Tisch, umgeben von Diana und ihren Lakaien. Was hatte diese Hexe jetzt wieder vor? Hä? Was ist los? Lass meine Schwester in Ruhe, du Hexe. Nein, nein, Miley. Sie sind meine Freunde. Wir essen zusammen zum Mittag. Freunde? Bist du verrückt? Sie ist eine Tyrannin. Halt dich von ihr fern. Oder ist wohl jemand sehr besitzergreifend. Und es ist ja nicht so, dass ich ihr gedroht hätte, mit mir abzuhängen. Sie will mit den coolen Kids befreundet sein. Wovon redet sie, Lucy? Du kommst jetzt sofort mit mir mit. Du bleibst keine Sekunde länger bei diesen Mädchen hier. Ich versuchte, Lucy wegzuziehen, aber sie schlug meine Hand grob weg. Nein, ich gehe nirgendwo hin. Und bitte blamier mich nicht vor meinen Freunden. Ich bin doch kein Baby. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Meine Schwester kämpfte mit mir wegen eines Tyrannen. Später, als Lucy nach Hause kam, versuchte ich mit ihr zu reden. Aber sie wollte nichts hören. Was soll das? Sie ist nicht böse, okay? Sie hat mich einmal von den anderen bösen Mädchen im Waschraum gerettet, um mich gebeten, ihrer Gang beizutreten. Jetzt bin ich so cool wie sie. Verstehst du das nicht? Sie macht dich zu einem schlechten Menschen. Wie sie. Ich habe gesehen, wie du ihr heute beim Betrügen geholfen hast. Lucy, das ist nicht cool. Aber meine Worte hatten keine Wirkung auf sie. Und danach fing sie an, die ganze Zeit mit Diana rumzuhängen. Sie trug Dianas Bücher herum, brachte ihr das Essen und wischte den Tisch für sie ab. Es war so nervig. Sie verpasste sogar meinen Geburtstag und ging mit Diana einkaufen. Und als ich ihre Bilder auf Dianas Konto sah, Lucy trug wieder wie ein Dienstmädchen jede Menge Taschen hinter ihr her. Warum war sie nur so ein Fußabtreter? Ein paar Tage später ging ich in der Pause in die Mädchentoilette und zu meinem Entsetzen sah ich, wie Lucy die Hefte eines kleinen Mädchens zerriss und in die Toilette warf, während Diana und ihre Schergen zusahen. Was machst du da, Lucy? Hast du den Verstand verloren? Lass das Buch sofort fallen. Oh, da kommt die herrische ältere Schwester. Sie will dich nur zähmen und an eine Leine legen wie einen Hund. Willst du das, Lucy? Oder willst du dein eigener Herr sein? Als ich Dianas Worten lauschte, sah Lucy mich an und zerriss das Buch in zwei Teile. Sie hat recht. Du bist nicht meine Mutter, Miley. Du bist nicht mal meine richtige Schwester. Also sag mir nicht, was ich zu tun habe. Kapiert? Wie kannst du es wagen? Ich sah dich immer als meine Schwester an, aber ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte dich im Waisenhaus lassen sollen und dich nie nach Hause bringen sollen. Du Ungeheuer! Ich versuchte, das kleine Mädchen herauszuziehen, aber Lucy stürzte sich auf mich und wir begannen einen wilden Zickenkrieg. In diesem Moment rief eins der Mädchen, dass eine Lehrerin käme. Also rannten alle schnell weg und ließen mich am Boden liegen. Jetzt war ich sowas von fertig mit Lucy. Diese dumme Tyrannin war nicht mehr meine Schwester. Lucy schlich sich ständig nachts aus dem Haus und es war mir völlig egal. Aber eines Morgens kam sie nicht mehr nach Hause. Als ich die Treppe hinunterging, war Mama ganz wütend. Dieses Teufelskind! Sie ist in der Schule und wurde erwischt, als sie etwas stehlen wollte. Wie bitte? Das gibt's doch nicht. Wir fuhren sofort zur Schule und sahen Lucy weind im Büro sitzen. Diana war auch da und sah gelangweilt aus. Der Sicherheitsdienst hatte Lucy dabei erwischt, wie sie die Prüfungsaufgaben aus dem Büro des Schulleites gestohlen hatte. Aber ich wollte das nicht tun. Diana hat mich dazu gezwungen. Ernsthaft? Ich weiß nicht mal deinen Namen. Wie könnte ich dich dann zu was zwingen? Du bist ein Verlierer. Ich würde nicht mal die Schuhe von dir putzen lassen. Och, diese Hexe. Aber es gab keine Beweise gegen Diana. Also kam sie frei und Lucy wurde von der Schule verwiesen. Als sie weind aus dem Büro rannte, wollte ich sie aufhalten, aber sie stieß mich zur Seite. Du willst nur sagen, ich hab's dir ja gesagt, stimmt's? Nun lass es. Lass mich einfach in Ruhe. Ich konnte ihr nicht folgen. Sie hatte sich das selbst eingebrockt und vielleicht würde sie es einsehen, wenn sie nicht mehr so wütend wäre. Aber als ich nach Hause kam, musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass dort die Sachen von Lucy verschwunden waren. Sie waren einfach weg. Ohne ein Wort. Ich versuchte Wochen und Monate lang sie zu finden, aber ich konnte sie nirgends entdecken. Bald darauf ging ich aufs College, wo ich John kennenlernte. Wir verliebten uns unsterblich ineinander und heirateten bald darauf. Mein Eheleben war perfekt und ich habe ein paar Jahre später erfahren, dass ich keine Kinder haben konnte. Sowohl ich als auch John waren in dieser Nacht am Boden zerstört. Und mit den Jahren wurde es immer schlimmer. An unserem fünften Jahrestag kochte ich Johns Lieblingsessen und wartete auf ihn, aber er kam nicht nach Hause. Und am nächsten Morgen klingerte es an der Tür und ich fand zwei Kinder im Alter von etwa drei Jahren vor, die an einem mich adressierten Brief in der Hand hielten. Miley, bitte verzeih mir, dass ich dich betrogen habe, aber ich kann mich nicht mehr um die Kinder kümmern. Ich habe mein ganzes Geld verloren und bin verschuldet und ich muss weg. Bitte such nicht nach mir. Ich starrte völlig schockiert auf Johns Handschrift. Die ganze Zeit über hatte er eine Affäre und er hatte Kinder? Und jetzt lief er weg und ließ sie bei mir zurück? Oh mein Gott, dieser Idiot! Ich brachte die Kinder sofort zur Polizei und es stellte sich heraus, dass sie die Kinder meines Mannes waren und ihre Mutter vor einiger Zeit verstorben war. Die Polizei beschloss, die Kinder in ein Waisenhaus zu schicken und das erinnerte mich sofort an Lucy. Mein Herz sank, als ich daran dachte, wie schrecklich ihr Waisenhaus war und ohne nachzudenken. Sofort schrie ich plötzlich, Nein, ich werde sie adoptieren. Und dem Handumdrehen zogen die Kinder bei mir ein. Sie hießen Dan und Dean und sie waren einfach hinreißend. In der ersten Nacht schlief ich neben den beiden ein. Ein paar Stunden später wurde ich von verrückten Geräuschen geweckt. Ich eilte die Treppe hinunter und sah, wie sie auf Töpfe einschlugen und lachten. Ruhig, seid ihr Babys oder Teufel? Sie ließen alles fallen und rannten auf mich zu. Entschuldigung, wir spielen. Ich bin sofort geschmolzen. Später ging ich mit ihnen Spielzeug und Kleidung einkaufen. Als wir nach Hause kamen, lächelten beide und gaben mir sogar einen Kuss. Der mein Herz erwärmte, wie nichts anderes. Mein Leben fühlte sich perfekt an. Ein paar Jahre vergingen und die Kinder vergaßen, dass sie von einer anderen Mutter kamen. Einmal, als Dean in der dritten Klasse war, fand ich ihn weinend im Zimmer. Oh, Schatz, was ist denn passiert? Er erzählte mir, dass ein Junge in seiner Klasse ihn schikaniert hatte. Er hatte sogar blaue Flecken im Gesicht. Oh, Baby, ich werde mit dem Direktor und seiner Mutter sprechen und alles wird gut. Mama hat dich lieb. Am nächsten Tag beim Elternabend wartete ich darauf, dass die Kinder mir die Mutter des Mobbers zeigen. Als sie das taten, tippte ich ihr auf die Schulter. Entschuldigung, ist das ihr Kind? Sie drehte sich um und mir fiel die Kinnlade runter. Miley? Lucy! Oh mein Gott! Wir starrten uns schockiert an und dann sprach ich. War es dein Kind, das meinen Sohn gemobbt hat? Was? Das ist nicht möglich. Mein Sohn ist ein Engel. Ach wirklich? Warum klaut er dann meinen Kindern das Essen und schlägt sie? Ist es das, was du ihm beibringst? Wie ich ihn erziehe, geht dich gar nichts an, du Nudel. Wenn meine Kinder verletzt werden, ist das meine Sache. Halt dein Kind von ihnen fern. Ich ging schnell weg, bevor sie eine Szene machen konnte. Aber auf dem Weg nach Hause musste ich immer wieder an Lucy denken. Sie sah so anders und hübsch aus, aber ich hatte jetzt nichts mehr mit ihr zu tun. Ein paar Tage später bestanden die Kinder darauf, dass sie zu einem Schulkarnival kommen. Als wir dort ankamen, rannten sie los, um sich mit ihren Freunden zu amüsieren. Und ich war mit den anderen Müttern beschäftigt. Doch kurz darauf hörte mir ein lautes Geräusch und mein Herz machte einen kleinen Sprung, als ich sah, dass in einem der Zelte ein großes Feuer ausgebrochen war. Ich machte mich auf die Suche nach den Kindern und fand Dean sofort, aber Dan war immer noch verschwunden. Ich rief seinen Namen und suchte überall, aber was ich dann sah, schockierte mich. Lucy war da und sie kam mit Dan im Arm aus den Flammen. Oh mein Gott, was ist passiert? Ist er okay? Ich umarmte Dan ganz fest und dann sah ich Lucys Hand. Sie war von den Flammen ganz zerschrammt. Ich blieb an der Seite, während das medizinische Team ihre Hand verband und dann sprach ich. Lucy, ich kann dir gar nicht genug dafür danken, was du getan hast, aber warum hast du dein Leben für mein Kind riskiert? Weil er dein Sohn ist und du ihn liebst und ich schulde dir eine Menge für das, was du für mich getan hast. Und dann fiel mein Blick direkt auf das Medellin, das sie trug. Es war dieselbe Halskette, die ich Lucy vor ein paar Jahren geschenkt hatte. Du, du hast sie all die Jahre behalten? Warum? Sie schwieg, aber Tränen fielen ihr aus den Augen und ich umarmte sie einfach. Oh Lucy, warum bist du weggelaufen? Ich habe dich überall gesucht, aber du warst nirgends zu finden. Ich habe mich einfach so sehr geschämt, all die Dinge, die ich getan habe und ich war furchtbar zu dir. Ich dachte, ich hätte unsere Beziehung für immer ruiniert und ich konnte dir nicht mehr gegenüber treten. Aber ich habe dich so sehr vermisst. Du hast ein Waisenkind wie mich von der Straße aufgelesen und mich wie eine Familie geliebt. Aber ich habe das alles weggeworfen. Es tut mir so leid, Miley. Bitte verzeih mir. Ich bitte dich darum. Schon längst geschehen. Du bist meine Schwester. Ich werde dich immer lieben. Komm her. Ich werde dich immer lieben. Ich werde dich immer lieben. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dich immer lieben. Ich werde dich auch lieben. Ich werde dich immer lieben. Ich werde dich immer lieben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018